Starke Rosenduft durchströmte das Atelier, und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns. Von dem Perser-Divan, auf dem er lag und nach seiner Gewohnheit unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wotton gerade die süßduftenden und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauchs gewahren, dessen zitternde Zweige die Last einer so flammenden Schönheit kaum tragen zu können schienen. Und hier und da flitzten die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen Vorhänge aus Tussa-Seide, die vor das riesige Fenster gezogen waren, und brachten eine Art japanische Augenblickswirkung hervor, sodass ihm die blassen, jadegesichtigen Maler Tokios einfielen, die vermittelst einer Kunst, die nicht anders als unbeweglich sein kann, den Eindruck der Raschheit und Bewegung hervorzurufen suchen. Das summende Morren der Bienen, die in dem langen, ungemähten Gras hin- und hertaumelten, oder mit eintöniger Hartnäckigkeit die staubig-goldenen Blütentrichter des wuchernden Geistblatts umkreisten, schienen die Stille noch drückender zu machen. Das dumpfe Getöse Londons klang wie das Schnarrwerk einer weit entfernten Orgel. In der Mitte des Zimmers stand auf einer hoch aufgerichteten Staffelei das lebensgroße Porträt eines ungewöhnlich schönen jungen Mannes, und ihm gegenüber, etwas entfernt davon, saß der Künstler, der es gemalt hatte, Basil Horwold, dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren das Publikum erregt und so viele seltsame Vermutungen erweckt hatte. Als der Maler auf die anmutige Gestalt blickte, die er so schön in seiner Kunst gespiegelt hatte, überflog ein Lächeln der Freude seine Züge und schien auf ihnen verweilen zu wollen. Aber er fuhr plötzlich auf, schloss die Augen und drückte die Leder mit den Fingern zu, wie wenn er einen absonderlichen Traum, dessen Erwachen er fürchtete, im Hirn gefangen halten wollte. Es ist deine beste Arbeit, Basil. Das Beste, das du je gemacht hast, sagte Lord Henry mit müder Stimme. Du musstest bestimmt nächstes Jahr ins Grosvenor schicken. Die Akademieausstellung ist zu groß und zu gewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich hinging, waren entweder so viele Menschen da, dass ich die Bilder nicht sehen konnte, und das war schrecklich. Oder so viele Bilder, dass ich die Menschen nicht sehen konnte, und das war noch schlimmer. Das Grosvenor ist wirklich der einzige Ort, der in Frage kommt. Ich denke nicht daran, es überhaupt auszustellen, antwortete der Maler und warf den Kopf in der besonderen Art zurück, über die seine Freunde in Oxford so oft gelacht hatten. Nein, ich stelle es nirgends aus. Lord Henry zog die Brauen hoch und blickte ihn durch die dünnen, blauen Rauchgelanden, die sich in fantastischen Windungen aus seiner schweren, opiumgetränkten Zigarette emporkräuselten, erstaunt an. Nirgends ausstellen? Mein Lieber, warum? Hast du einen Grund? Was ihr Maler für kuriose Kerle seid! Ihr tut alles in der Welt, um berühmt zu werden. So wie ihr es seid, scheint ihr des Ruhms überdrüssig. Das ist dumm von dir, denn es gibt nur eines in der Welt, das schlimmer ist, als das über einen geredet wird, nämlich das nicht über einen geredet wird. Mit einem Porträt wie diesem würdest du alle jungen Leute in England weit überragen und die alten ganz neidisch machen, wenn alte Leute überhaupt einer Gemütsbewegung fähig sind. Ich weiß, du wirst mich auslachen, erwiderte jene, aber ich kann es wirklich nicht ausstellen. Ich habe zu viel von mir selbst hineingelegt. Lord Henry streckte sich auf dem Divan aus und lachte. Ja, ja, das wusste ich, aber es ist völlig wahr, trotzdem. Zu viel von dir soll darin sein. Auf mein Wort, Basil, ich wusste nicht, dass du so eitel bist. Ich kann wahrhaftig nicht die geringste Ähnlichkeit zwischen dir mit deinem eckigen, strengen Gesicht und deinem kohlschwarzen Haaren und diesem jungen Adonis finden, der aussieht, als sei er aus Elfenbein und Rosenblättern gemacht. Nein, lieber Basil, er ist ein Narzissus und du? Nun, natürlich hast du geistigen Ausdruck und so weiter. Aber Schönheit, wahre Schönheit hört auf, wo geistiger Ausdruck anfängt. Geist ist an sich eine Art von Exzess und zerstört das Ebenmaß jedes Gesichts. So wie man sich ans Denken macht, wird man ganz Nase oder ganz Stirn oder derart grässliches. Betrachte die Männer, die in irgendeinem gelehrten Beruf Erfolg hatten. Wie vollendet hässlich sind sie. Ausgenommen natürlich die Männer der Kirche. Aber in der Kirche denken sie eben nicht. Ein Bischof bleibt dabei, mit 80 Jahren dasselbe zu sagen, was man ihm als 18-jährigen Jungen beigebracht hat. Und die natürliche Folge ist, dass er immer ganz fabelhaft aussieht. Dein geheimnisvoller junger Freund, dessen Namen du mir nie gesagt hast, dessen Bild mich jedoch wahrhaft bezaubert, denkt niemals. Dessen bin ich mir ganz sicher. Er ist so ein hirnloses, schönes Geschöpf, das wir im Winter immer haben sollten, wenn es keine Blumen gibt, auf die wir blicken können. Und immer im Sommer, wenn wir etwas zur Abkühlung unseres Geistes brauchen. Schmeichle dir nicht, Basil. Du hast nicht die mindeste Ähnlichkeit mit ihm. Du verstehst mich nicht, Harry, antwortete der Künstler. Natürlich habe ich keine Ähnlichkeit mit ihm. Das weiß ich sehr wohl. Ich wäre sogar traurig, wenn ich so aussehe wie er. Du zuckst die Achseln? Ich sage dir die Wahrheit. Es liegt ein Verhängnis über allen körperlichen und geistigen Vorzügen. Die Art Verhängnis, die in der ganzen Geschichte den schwankenden Schritten der Könige auf dem Fuße zu folgen scheint. Es ist besser, sich nicht von seinen Mitmenschen zu unterscheiden. Die Hässlichen und die Dummen sind in dieser Welt am besten daran. Sie können behaglich dasitzen und sorglos dem Spiel zuschauen. Wenn sie nichts von Siegen wissen, so ist ihnen dafür auch erspart, Niederlagen kennenzulernen. Sie leben, wie wir alle leben sollten. Sorglos, gleichgültig und ohne Unruhe. Sie bringen über andere kein Verderben und empfangen es auch nicht aus fremden Händen. Dein Rang und dein Reichtum, Harry. Mein Hirn, wie es nun schon ist. Meine Kunst. Sie mag wert sein, was sie will. Dorian Grays schönes Äußeres. Wir werden alle drei unter dem leiden, was uns die Götter gegeben haben. Schrecklich leiden. Dorian Gray, so heißt er, fragte Lord Henry und ging durch das Atelier auf Basil Hallward zu. Ja, so heißt er. Ich wollte dir den Namen nicht nennen. Aber warum nicht? Oh, ich kann das nicht erklären. Wenn ich einen Menschen über die Maßen gern habe, sage ich nie jemandem seinen Namen. Es ist, als übergäbe man damit einen Teil von ihm. Ich bin dazu gekommen, das Geheimnis zu lieben. Das scheint allein imstande zu sein, das Leben unserer Zeit für uns zum Mysterium oder zum Wunder zu machen. Das gemeinste Ding ist voller Schönheit, wenn man es nur versteckt. Wenn ich die Stadt verlasse, sage ich den Menschen nie mehr, wohin ich gehe. Tätig es, so büste ich all meinen Genuss ein. Es ist eine törrichte Gewohnheit, ich gebe es zu. Aber irgendwie scheint dadurch viel Romantik in uns Leben zu kommen. Vermutlich hältst du mich darum für schrecklich verrückt. Nicht im Geringsten, erwiderte Lord Henry. Nicht im Geringsten, lieber Basil. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin. Und die Ehe hat den einen Reiz, dass die beiden Teilen ein Leben der Täuschung völlig zur Notwendigkeit macht. Ich weiß nie, wo meine Frau ist, und meine Frau weiß nie, was ich treibe. Wenn wir zusammen sind, wir sind manchmal zusammen, wenn wir miteinander eingeladen sind oder zum Herzog aufs Land fahren, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit der ernsthaftesten Miene. Meine Frau versteht sich trefflich darauf. Eigentlich besser als ich. Sie bringt nie etwas durcheinander, und ich immer. Aber wenn sie mich ertappt, macht sie keinen Lärm darüber. Ich wünschte manchmal, sie täte es, aber sie lacht mich bloß aus. Die Art, wie du über dein Eheleben sprichst, ist mir verhasst, Henry, sagte Basil Hallward und ging langsam zu der Tür, die in den Garten führte. Ich glaube, du bist in Wahrheit ein sehr guter Ehemann, schämst dich jedoch heftig über deine eigene Tugendhaftigkeit. Du bist ein absonderlicher Bursche. Du sagst nie etwas Moralisches, und du tust nie etwas Schlechtes. Dein Zynismus ist lediglich Pose. Natürlich sein ist lediglich Pose. Und die ärgerlichste, die ich kenne, rief Lord Henry und lachte. Und die beiden jungen Leute gingen miteinander in den Garten und setzten sich in den Schatten eines großen Lorbeerbusches auf ein langes Bambussofa. Das Sonnenlicht glitt über die glänzenden Blätter. Im Grase zitterten weiße Gänseblümchen. Nach einer Pause zog Lord Henry seine Uhr. Ich fürchte, ich muss gleich gehen, Basil, brummte er. Und ehe ich gehe, bestehe ich darauf, dass du mir die Frage beantwortest, die ich vorhin an dich richtete. Was denn? fragte der Maler, ohne aufzublicken. Du weißt schon. Nein, Harry. Nun, dann will ich's dir sagen. Du sollst mir erklären, warum du Dorian Grays Bildnis nicht ausstellen willst. Ich verlange, den wirklichen Grund zu wissen. Ich sagte dir den wirklichen Grund. Nein, das tattest du nicht. Du sagtest, der Grund sei, weil zu viel von dir in dem Bild sei. Nun, das ist kindisch. Harry, sagte Basil Horwath und schaute ihm gerade ins Gesicht. Jedes Porträt, das mit Empfindung gemalt ist, ist ein Porträt des Künstlers, nicht dessen, der ihm sitzt. Der ist bloß der Anlass, die Gelegenheit. Nicht er wird vom Maler offenbart. Es ist eher der Maler, der auf der farbigen Leinwand sich selber offenbart. Der Grund, warum ich dieses Bild nicht ausstellen will, ist, dass ich fürchte, ich habe in ihm das Geheimnis meiner eigenen Seele aufgedeckt. Lord Henry lachte. Und das wäre? fragte er. Ich will es dir erklären, sagte Horwath. Aber ein Ausdruck der Ratlosigkeit legte sich über seine Züge. Ich bin ganz Erwartung, Basil, fing sein Gefährte wieder an und sah zu ihm hin. Oh, es ist wirklich nicht viel zu erzählen, Harry, antwortete der Maler. Und ich fürchte, du wirst es kaum verstehen. Vielleicht wirst du es kaum glauben. Lord Henry lächelte. Dann bückte er sich, pflückte ein rotgefärbtes Gänseblümchen aus dem Gras und betrachtete es. Ich bezweifle gar nicht, dass ich es verstehen werde, gab er zurück und blickte unverwandt auf das kleine, goldene, weißgefiederte Rund in seiner Hand. Und was das Glauben angeht, so kann ich alles glauben, vorausgesetzt, dass es unwahrscheinlich ist. Der Wind schüttelte ein paar Blüten von den Bäumen und die schweren Sternenbüschel des Flieders schwankten in der schwülen Luft hin und her. Eine Grille fing an der Mauer zu zirpen an und wie ein blauer Faden schwebte eine lange, dünne Libelle auf ihren braunen Gaseflügeln durch die Luft. Lord Henry war es, als könnte er Basil Horwaths Herzklopfen hören. Und er war gespannt, was er hören sollte. Die Geschichte ist einfach die, sagte der Maler nach einer Weile. Vor zwei Monaten ging ich einmal zu einem großen Empfang bei Lady Brandon. Du weißt, wir armen Künstler müssen uns von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft sehen lassen, bloß um dem Publikum ins Gedächtnis zu rufen, dass wir keine Wilden sind. Mit einem Gesellschaftsanzug und einer weißen Binde, wie du mir einmal sagtest, kann jeder, selbst ein Börsenmakler, in den Ruf eines Gebildeten kommen. Nun, ich war etwa zehn Minuten da und plauderte mit üppigen, aufgetakelten Witwen und langweiligen Mitgliedern der Akademie, als mir plötzlich ins Bewusstsein kam, dass mich jemand ansah. Ich drehte mich halb um und erblickte zum ersten Mal Dorian Gray. Als unsere Augen sich trafen, fühlte ich, dass ich blass wurde. Ein seltsam banges Gefühl überkam mich. Ich spürte, ich stand einem vom Angesicht zu Angesicht gegenüber, dessen bloße Erscheinung so bezaubernd war, dass sie, wenn ich es ihr gestattete, meine ganze Natur, meine ganze Seele und sogar meine Kunst an sich reißen musste. Ich brauchte in meinem Leben keinerlei Einwirkung von außen. Du weißt selbst, Harry, wie unabhängig ich von Natur aus bin. Ich bin immer mein eigener Herr gewesen. War es zumindest gewesen. Bis ich Dorian Gray getroffen habe. Dann... Aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich hatte ein Vorgefühl, dass ich unmittelbar vor einer furchtbaren Krise in meinem Leben stehe. Ich hatte die seltsame Empfindung, dass Schicksal halte erlesene Freuden und erlesene Schmerzen für mich in Bereitschaft. Mich schauderte und ich warnte mich zum Gehen. Es war nicht das Gewissen, was mich dazu trieb. Es war eine Art Feigheit. Ich rechne es mir nicht zur Ehre an, dass ich zu fliehen versuchte. Gewissen und Feigheit sind in Wahrheit ein und dasselbe. Gewissen ist der eingetragene Name der Firma, weiter nichts. Ich glaube das nicht, Harry. Und ich glaube auch du nicht. Indessen, das oder jenes mag mein Motiv gewesen sein. Vielleicht war es stolz. Ich bin immer sehr stolz gewesen. Gewiss ist, dass ich die Tür erreichen wollte. Dort natürlich prallte ich mit Lady Brennan zusammen. Sie werden doch nicht so früh weglaufen wollen, Mr. Horwood, schrie sie. Du kennst ihre seltsam gellende Stimme? Oh ja, die Dame ist von der Schönheit abgesehen ein Pfau, sagte Lord Henry und zerzupfte mit seinen langen, nervösen Fingern das Gänseblümchen. Ich konnte mich nicht von ihr losmachen. Sie führte mich zu königlichen Hoheiten und Leuten mit Sternen und Hosenbandorten und eltlichen Damen mit riesenhaften Diademen und Papageinasen. Sie sprach von mir als von ihrem besten Freund. Wir hatten uns ein einziges Mal vorher gesehen, aber sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, mich als berühmten Mann zu behandeln. Ich glaube, irgendein Bild von mir hatte gerade großen Erfolg gehabt oder es war wenigstens in den Abendblättern davon geschwatzt worden und das ist der Unsterblichkeitsmaßstab unseres Jahrhunderts. Plötzlich befand ich mich dem jungen Manne gegenüber, dessen Erscheinung mich so sonderbar erschüttert hatte. Wir waren einander ganz nahe und berührten uns fast. Unsere Augen trafen sich wieder. Es war unbedacht von mir, aber ich bat Lady Brennan, mich ihm vorzustellen. Hm, vielleicht war es alles erwogen nicht so unbedacht. Es war einfach unvermeidlich. Wir hätten angefangen, miteinander zu sprechen, auch ohne jede Vorstellung, dessen bin ich mir sicher. Dorian sagte es mir später. Auch er hatte das Gefühl, dass wir dazu bestimmt waren, einander kennenzulernen. Und was für eine Beschreibung gab Lady Brennan von diesem wunderbaren Jüngling? fragte sein Gefährte. Ich weiß, es ist ihre Art, von allen ihren Gästen einen kurzen Abriss zu geben. Ich erinnere mich, sie stellte mich einmal einem schauderhaften, rotbackigen alten Herrn vor, der über und über mit Orden und Bändern bedeckt war und zischte mir dabei in einem dramatisch wirkenden Flüsterton, den jeder im Zimmer vollkommen deutlich hören musste, der erstaunlichsten Details ins Ohr. Es blieb mir nichts anderes übrig, als wegzulaufen. Ich mache mir gern mein eigenes Bild von den Menschen, aber Lady Brennan behandelt ihre Gäste genauso wie ein Aktionator seine Waren. Sie nimmt sie entweder so gründlich auseinander, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt, oder erzählt einem alles von ihnen, mit Ausnahme dessen, was man wissen möchte. Arme Lady Brennan, du bist hart gegen sie, Harry, sagte Howard in einem zerstreuten Ton. Lieber Junge, sie wollte einen Salon gründen, aber es gelang nur, ein Restaurant zu eröffnen. Wie könnte ich sie bewundern? Aber sage mir, wie sprach sie über Mr. Dorian Gray? Oh, etwa... Ein reizender junger Mensch, die arme Mutter und ich ganz zertrennlich, vergaß ganz, was er tut, fürchte, er tut gar nichts. Ach ja, er spielt Klavier. Oder war es Geige, Mr. Gray? Wir mussten beide lachen und wurden sofort Freunde. Lachen ist für eine Freundschaft noch lange nicht der schlechteste Anfang und ist weitaus das beste Ende für sie, sagte der junge Lord und pflückte ein neues Gänseblümchen. Howard schüttelte den Kopf. Du verstehst nicht, dass Freundschaft ist, Harry, murmelte er, und ebenso wenig, was Feindschaft ist. Du magst alle Welt, das heißt, dir sind alle gleichgültig. Wie schrecklich ungerecht von dir, rief Lord Henry, schob seinen Hut zurück und blickte zu dem Wölkchen empor, die wie verwirrte Strähnen glänzender weißer Seide über das Türkisgewölbe des Sommerhimmels dahintrieben. Ja, schrecklich ungerecht von dir. Ich unterscheide sehr zwischen den Menschen. Ich wähle meine Freunde nach ihrem guten Aussehen, meine Bekannten nach ihrem guten Charakter und meine Feinde nach ihrem scharfen Verstand. Man kann nicht vorsichtig genug in der Auswahl seiner Feinde sein. Ich habe keinen einzigen, der dumm ist. Es sind alles Leute von einer gewissen geistigen Stärke, und daher schätzen sie mich alle. Ist das sehr eitel von mir? Ich glaube, es ist ein bisschen eitel. Ich glaube auch, Harry. Aber nach deiner Einteilung kann ich bloß ein Bekannter von dir sein. Mein lieber alter Basil, du bist viel mehr als ein Bekannter. Und viel weniger als ein Freund. Eine Art Bruder vermutlich? Oh, Bruder! Ich mache mir nichts aus Brüdern. Mein ältester Bruder denkt nicht ans Sterben, und meine Jüngeren scheinen nichts anderes zu tun. Harry! rief Howard und runzelte die Stirn. Lieber Junge, ich rede nicht ganz ernsthaft. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich verabscheue meine Verwandten. Ich vermute, das ist der Tatsache zuzuschreiben, dass kein Mensch andere Menschen ausstehen kann, die dieselben Fehler wie er selbst haben. Ich verstehe den Zorn der englischen Demokratie gegen das, was sie die Laster der oberen Stände nennen, vollkommen. Die Massen fühlen, dass Trunkenheit, Dummheit und Unmoral ihre eigene Domäne sein sollten und dass jemand von uns, der sich bloß stellt, auf ihren Jagdgründen bildert. Beim Ehescheidungsprozess des armen Southwark war ihre Entrüstung ganz prachtvoll. Und doch möchte ich behaupten, dass nicht zehn Prozent im Proletariat vorschriftsgemäß leben. Ich stimme keinem einzigen Wort zu, das du da gesagt hast. Und was mehr ist, Harry, ich bin sicher, du auch nicht. Lord Henry strich seinen braunen Spitzbart und klopfte mit seinem zierlichen Ebenholzstock gegen die Spitze seines eleganten Stiefels. Wie englisch du bist, Basil. Zum zweiten Mal hast du jetzt diese Bemerkung gemacht. Wenn man einem richtigen Engländer eine Idee vorträgt, schon an sich eine Tollkühnheit. Denkt er nie daran zu erwägen, ob die Idee richtig oder falsch ist. Das Einzige, was ihm von Bedeutung scheint, ist, ob man selbst daran glaubt. Aber der Wert einer Idee hat nicht das Mindeste, mit der Aufrichtigkeit des Menschen zu tun, der sie vorbringt. In Wahrheit ist es wahrscheinlich, dass je unaufrichtiger der Mensch ist, umso mehr rein geistig die Idee sein wird, da sie in diesem Fall weder von seinen Bedürfnissen und Wünschen noch von seinen Vorurteilen gefärbt sein wird. Indessen habe ich nicht die Absicht, Politik, Soziologie oder Metaphysik mit dir zu treiben. Ich mache mir mehr aus Personen als aus Prinzipien. Und nichts liebe ich mehr als Personen ohne Prinzipien. Erzähle mir mehr von Mr. Dorian Gray. Wie oft siehst du ihn? Jeden Tag. Ich wäre glücklich, wenn ich ihn nicht täglich sehe. Er ist mir ganz und gar ein Bedürfnis. Wie ungewöhnlich. Ich hätte gedacht, du kümmerst dich um nichts als deine Kunst. Er ist mir jetzt meine ganze Kunst, sagte der Maler ernst. Ich denke manchmal, Harry, es gibt in der Weltgeschichte nur zwei Perioden von Bedeutung. Die erste ist das Auftreten eines neuen Kunstmittels. Und die zweite ist, ebenfalls für die Kunst, das Auftreten eines neuen Menschentypus. Was die Erfindung der Ölmalerei für die Venezianer war, das ist das Antlitz des Antinos für die spätgriechische Skulptur gewesen. Und das wird eines Tages das Antlitz des Dorian Gray für mich sein. Es ist nicht bloß, dass ich nach ihm male, zeichne, skizziere. Natürlich habe ich all das getan. Aber er ist für mich viel mehr als ein Modell oder ein Mensch, der mir sitzt. Ich möchte nicht sagen, dass ich unzufrieden mit dem bin, was ich aus ihm gemacht habe. Oder dass seine Schönheit derart ist, dass die Kunst sie nicht ausdrücken kann. Es gibt nichts, was die Kunst nicht ausdrücken kann. Und ich weiß, was ich gemacht habe, seit ich Dorian Gray kennengelernt, ist gute Arbeit. Ist die beste Arbeit meines Lebens. Aber auf seltsame Weise, ich glaube kaum, dass du mich verstehst, hat seine Erscheinung in mir eine neue Art meiner Kunst wachgerufen. Eine völlig neue Stilform. Ich sehe die Dinge anders. Ich denke anders über sie. Ich kann jetzt das Leben in einer Weise gestalten, die mir vorher verborgen war. Ein Traum von Form in den Tagen des Denkens. Wer hat das gesagt? Ich habe es vergessen. Aber das ist Dorian Gray für mich geworden. Das bloße, sichtbare Dasein dieses Jünglings, der fast noch ein Knabe ist. So erscheint er, obwohl er in Wirklichkeit über 20 ist. Sein bloßes, sichtbares Dasein. Ach, ich glaube nicht, dass du dir vorstellen kannst, was alles darin liegt. Ohne es zu wissen, weist er mir den Weg zu einer neuen Kunstrichtung. Einer Kunstrichtung, die bestimmt ist, alle Leidenschaft des romantischen Geistes, alle Vollkommenheit des Griechischen in sich zu fassen. Die Harmonie der Seele und des Körpers. Wie viel das ist! Wir in unserem Wahnsinn haben die zwei getrennt und haben einen Realismus erfunden, der gemein ist und ein Idealismus, der leer ist. Harry, wenn du nur wüsstest, was Dorian Gray für mich ist! Erinnerst du dich an die Landschaft, für die Agniff mir einen so ungeheuren Preis bot, von der ich mich aber nicht trennen wollte? Sie ist eines der besten Stücke, die ich je gemacht habe. Und warum? Weil, während ich sie malte, Dorian Gray neben mir saß. Irgendein feiner Einfluss ging von ihm zu mir. Und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich in der einfachen Waldlandschaft das Wunder, nach dem ich immer ausgeblickt und das ich nie gefunden hatte. Basil, das ist etwas Außerordentliches. Ich muss Dorian Gray sehen! Howard stand auf und ging im Garten hin und her. Nach einer Weile kam er zurück. Harry, sagte er, Dorian Gray ist für mich lediglich ein künstlerisches Motiv. Vielleicht sähst du nichts in ihm. Ich sehe alles in ihm. Er ist in meiner Arbeit nie mehr gegenwärtig, als wenn kein Abbild von ihm darin ist. Er ist, wie ich sagte, eine Anregung zu einer neuen Art der Kunst. Ich finde ihn in den Schwingungen gewisser Linien, in dem Zauber und der zarten Töne und gewisser Farben. Das ist es und das ist alles. Warum wirst du dann aber sein Porträt nicht ausstellen? fragte Lord Henry. Weil ich, ohne es zu wollen, einen gewissen Ausdruck all dieser absonderlichen künstlerischen Abgötterei hineingelegt habe, von der ich natürlich zu ihm nie sprechen wollte. Er weiß nicht darum. Er soll nie darum wissen. Aber die Welt könnte es erraten und ich will meine Seele ihren oberflächlichen, spähenden Augen nicht entblößen. Mein Herz soll nie unter ihr Mikroskop kommen. Es ist zu viel von mir in dem Ding, Harry. Zu viel von mir. Dichter haben nicht so viele Bedenken wie du. Sie wissen, wie nützlich es ist, Leidenschaft zu publizieren. Heutzutage bringt es ein gebrochenes Herz zu vielen Auflagen. Ich hasse sie darum, rief Howard. Ein Künstler sollte schöne Dinge schaffen, sollte aber nichts von seinem eigenen Leben hineintun. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen die Kunst behandeln, als ob sie dazu bestimmt wäre, eine Art Selbstbiografie zu sein. Wir haben den Sinn für absolute Schönheit verloren. Eines Tages werde ich der Welt zeigen, was Schönheit ist. Und aus diesem Grunde soll sie nie mein Porträt Dorian Grays sehen. Ich glaube, du hast Unrecht, Basil. Aber ich will nicht mit dir streiten. Nur dich geistig unterlegen empfinden gefallen am Streiten. Sag mir, hat Dorian Gray dich sehr geliebt? Der Maler überlegte ein paar Augenblicke. Er hat mich gern, antwortete er nach einer Weile. Ich weiß, dass er mich gern hat. Natürlich schmeichle ich ihm schrecklich. Ich finde ein eigenartiges Vergnügen daran, Dinge zu ihm zu sagen, von denen ich weiß, dass sie mir später leidtun werden. In der Regel ist er reizend zu mir. Und wir sitzen im Atelier und plaudern von tausenderlei Dingen. Hier und da jedoch ist er schrecklich gedankenlos und scheint eine richtige Freude daran zu finden, mir wehzutun. Dann fühle ich, Harry, dass ich meine ganze Seele an einen hingegeben habe, der sie behandelt, als ob sie eine Blume fürs Knopfloch wäre. Eine kleine Dekoration seiner Eitelkeit damit zu schmeicheln, ein Schmuck für einen Sommertag. Im Sommer, Basil, ziehen sich die Tage manchmal lange hin, erwiderte Lord Henry. Vielleicht wirst du früher müde werden als er. Es ist eine traurige Sache, wenn man es bedenkt, aber es ist kein Zweifel, dass das Genie länger dauert als die Schönheit. Das erklärt die Tatsache, dass wir alle uns so damit quälen, uns mit Bildung vollzustopfen. In dem wilden Kampf ums Dasein wollen wir alle etwas haben, das dauert. Und so füllen wir unseren Geist mit Schund und Tatsachen in der törichten Hoffnung, unseren Platz zu behaupten. Der allseits gebildete Mensch, das ist das Ideal unserer Zeit. Und der Geist des allseits gebildeten Menschen ist etwas Fürchterliches. Er ist wie ein Antiquitätenladen, in dem es Ausgeburten aller Art und Staub gibt und jedes Ding über seinen wirklichen Wert ausgezeichnet ist. Ich glaube, du wirst trotzdem zuerst seiner überdrüssig werden. Eines Tages wirst du deinen jungen Freund ansehen und er wird dir ein bisschen verzeichnet vorkommen. Oder du magst seinen Turn nicht oder sowas. Du wirst ihm in deinen Herzen bittere Vorwürfe machen und ernsthaft der Meinung sein, er benehme sich sehr schlecht gegen dich. Wenn er dich das nächste Mal besucht, wirst du für dich kalt und gleichgültig sein. Es wird sehr schade sein, denn es wird dich ändern. Was du mir erzählt hast, ist geradezu eine Romanze. Man könnte es eine Künstler-Romanze nennen. Und das Schlimmste an jeder Romanze ist, dass man danach jeden Sinn für Romantik verloren hat. Harry, sprich nicht so. Solange ich lebe, wird die Persönlichkeit Dorian Grace mich in ihren Bann ziehen. Du kannst meine Empfindung nicht nachfühlen. Du wandelst dich zu oft. Ah, lieber Basil, genau darum kann ich sie nachfühlen. Menschen, die treu sind, kennen nur die gemeine Seite der Liebe. Die Treulosen sind es, die die Tragödien der Liebe erfahren. Und Lord Henry zündete an einer wertvollen silbernen Büchse ein Streichholz an und begann mit selbstbewusster und zufriedener Miene, als ob er die Welt auf einen Satz gebracht hätte, eine Zigarette zu rauchen. Es war ein Lärmen von zwitschernden Sperlingen in den Blättern des Efeus, die von grünem Lack überzogen glänzten, und die blauen Wolkenschatten jagten wie Schwalben über das Gras. Wie lieblich war es in diesem Garten, und wie reizend die Empfindungen anderer Leute. Viel reizender als ihre Ideen schien es ihm. Des Menschen eigene Seele und die Leidenschaften seiner Freunde, das waren im Leben die fesselnden Dinge. Er malte sich in stiller Vergnüglichkeit das langweilige Frühstück aus, um das er herumgekommen war, weil er so lange bei Basil Howard geblieben war. Wäre er zu seiner Tante gegangen, so würde er sicher dort Lord Goodbody getroffen haben, und die ganze Unterhaltung hätte sich um die Ernährung der Armen und die Notwendigkeit gedreht, Musterarbeiterhäuser zu errichten. Menschen von allerlei Art hätten über die Wichtigkeit gerade der Tugenden gepredigt, für die sie in ihrem eigenen Leben keine Verwendung hatten. Der Reiche hätte vom Wert der Sparsamkeit gesprochen, und der Faule wäre über die Würde der Arbeit zum Redner geworden. Es war prächtig, alledem entgangen zu sein. Als er an seine Tante dachte, schien ihm ein Einfall zu kommen. Er wandte sich zu Howard und sagte, Mein Lieber, ich erinnere mich jetzt. Woran erinnerst du dich, Harry? Wo ich den Namen Dorian Grays gehört habe. Wo war es? fragte Howard mit leichtem Stirnrunzeln. Blick nicht so ärgerlich rein, Basil. Es war bei meiner Tante Lady Agatha. Sie erzählte mir, sie habe einen prächtigen jungen Menschen entdeckt, der ihrem East enthelfen wollte, und er heiße Dorian Gray. Ich muss allerdings sagen, dass sie mir nie mitteilte, er sei schön. Frauen haben keinen Sinn für Schönheit, wenigstens gute Frauen nicht. Sie sagte, er sei sehr ernst und habe eine edle Seele. Ich malte mir für mich ein Geschöpf mit einer Brille und tränigem Haar aus, dessen Gesicht furchtbar mit Sommersprossen übersät war und der auf riesigen Füßen einher trat. Ich wollte, ich hätte gewusst, dass er dein Freund ist. Ich bin sehr froh, dass du es nicht wusstest, Harry. Warum? Ich will nicht, dass du ihn kennenlernst. Du willst nicht, dass ich ihn kennenlerne. Nein. Mr. Dorian Gray ist im Atelier. sagte der Diener, der in den Garten heraustrat. Jetzt musst du mich vorstellen, rief Lord Henry lachend. Der Maler wandte sich zu dem Bedienten, der blinzelnd in der Sonne stand. Bitten Sie, Mr. Gray, er möchte warten, Parker. Ich werde in ein paar Augenblicken kommen. Der Mann verbeugte sich und ging ins Haus. Dann schaute der Künstler Lord Henry an. Dorian Gray ist mein liebster Freund, sagte er. Er hat eine einfache und edle Seele. Deine Tante hatte mit dem, was ich von ihm sagte, ganz recht. Verdirb ihn nicht. Versuche nicht, ihn zu beeinflussen. Dein Einfluss wäre schlimm. Die Welt ist weit und birgt viele wundervolle Menschen. Entreiß mir nicht den einzigen Menschen, der meiner Kunst allen Zauber gibt, den sie besitzt. Mein Leben als Künstler hängt von ihm ab. Denke daran, Harry. Ich verlasse mich auf dich. Er sprach sehr langsam und die Worte schienen ihm gegen seinen Willen entpresst zu werden. Was du für einen Unsinn redest, sagte Lord Henry lächelnd, nahm ihn beim Arm und führte ihn ins Haus.